Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem Warlock hier, dem zweiten Schar und seinen Engrammen, die ich gleich Encrypten werde. Ja, ich muss aber selber erstmal schauen, wie viele Engramme ich überhaupt zu meinem Packen habe. Es sind ein paar mehr hier bei dem Schar, weil ich zwei Wochen lang nichts gemacht habe, was Encrypten angeht bei den Engrammen. Und deswegen schauen wir erstmal jetzt und zählen erstmal durch. So, was haben wir denn da? Ja, so, hier haben wir schon mal drei Erleuchtete Engramme, ein Exo und sechs Legendäre. Das können wir jetzt auch alles merken hier. So, in der Postel hängen auch noch ein paar rum. Und zwar sind hier noch, insgesamt dann zwölf Legendäre, zwölf, siebzehn, legendäre, vier Erleuchtete und zwei Exos. Ja, ist so ganz okay, würde ich sagen. Kann man was mit anfangen. Ich bin da immer noch heiß auf Meisterwerk Kerne. Und natürlich auch Exos, die ich noch brauchen kann. Und ja, mal schauen, was so alles rauskommt. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht kommt auch mal aus dem legendären Engramme mal ein Exo raus. Wir werden es sehen, oder auch nicht. Mal schauen. So, dann gibt mir mal den Loot. Oh, ein 330er Engramme, okay. So, was ist denn da drin? Atlanta D, okay. Edelgesinnter Komplex. Edelgesinnter Komplex. Elas Helm. Philomas Stiefel. Dann haben wir Grabrede SE4. Und dann haben wir Elasa FR4, okay. Joa, war jetzt nichts Besonderes. Da habe ich direkt wieder die Materialien einverleiben hier. Recyceln und auch wollen wir nochmal schieben bis zu der 33. Hier haben wir es einfach infundieren. Die lassen wir mal drinnen zum infundieren. Warten wir nochmal ab. So, die kann weg. Die brauche ich nicht. Das kann auch weg. Brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich andere Sachen. So, die können auch beide weg. Low Level will keiner. Wie gesagt, da hole ich mir lieber die gegen der Bruststücke und die Waffenmeister Materialien raus hier. Das kann auch weg. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Poststellung und zur nächsten legendären Gramme raus da. Alles schön nach und nach. Aber ich brauche echt noch Meisterwerkkerne. Weil die ist ja auch nicht so leicht zu beschaffen, die Kerne. So, das hört sich doch mal schön an, wenn die hier reinblinken. So, Raoul. Dann hauen wir mir nochmal eine Meisterwerkwaffe raus, bitte. So, Pilumars Reif. Dienstaufruf. Pilumars Handschuhe. Ideozentriere. Da geht aber, glaube ich, eine Poststelle. Schade. Tesseract Spur 4. Und der richtige Ton. Schade. Enttäuschend. Ah, toll. Ja, zwei Wochen mehr oder weniger die in Gramme gefarmt. Und was kommt raus hier bis jetzt? Nur Müll. Aber gut, wie gesagt, Materialien sind kein Müll. Das kann man aber gut verwenden. Von daher war da mal zu Low Level. So. Das kann alles weg, brauche ich alles nicht. Weg, weg, weg. Alles Low Level. So, okay. Eine Sache ist an der Poststelle eben gelandet, die will ich auch nochmal rausziehen. Ich habe auch immer meinen Einsatzgruppenbelegungen aktiviert und auch immer drei der Münzen, wenn ich meine Meilensteine erledige. Und das ist jetzt hier das Resultat. Also, die ganzen in Gramme und so. Müsste ich, vielleicht mal in das andere nehmen sollen. Na ja, da muss ich gleich nochmal eine Tour mehr laufen. Hätte ich eben erst das extra in Gramm nehmen sollen. Na ja, passiert. So, heute Abend ist ja noch wieder, dann, heute Abend ist gut, schon gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich hier hoch lade, wollte ich gleich weiterreden. Haha. So, legen wir das in Gramm. Tesserakt, ja okay, edelgesinnter Komplex, äh, Nox Echo 3. Ah, toll. Kein einziges Meisterwerkchen. Da, toll. Ja, das war ja immer super. Keine Meisterwerkwaffe. Und nur Low Level Gear. Also, na ja, gut. Zumindest ein paar in der Buchstücke wiedergekriegt hier, ein bisschen hochgezogen. Waffenmeister, Materialien natürlich auch extrem viele. Die habe ich jetzt überhaupt. Bald 2000, okay. So, jetzt haben wir noch die beiden Exos. Gehen wir auch nochmal ein bisschen da raus hier. Klatsch. So, mal gucken, was gerade prozentual am stärksten droppt. Ja, der Hase fehlt mir nach U. Ja, schnell hin. Uh, 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 uh. So, probieren wir mal unser Glück. Ja, der Hase, ja oder nein? Erstmal da, nein. Sonnenarm schienen und dann hier. Nein, Kaltherz. Verdammt. Ja gut, sollte nicht sein. Verdammt. Schade aber auch. So, Kaltherz transferiere ich dann zum dritten Schar. Beim zweiten Schar, oder beim ersten Schar und beim dritten Schar habe ich es noch nicht. So, im ersten Jahr. So, gucken wir uns trotzdem mal kurz eben an. Hier, Kaltherz. Spurgewehr kennt man ja mittlerweile. Die neueste Omodontechnik. Benutzt flüssigen Brennstoff als Kühlmittel, um die Waffensysteme und Knacking unter Null-Temperaturen zu halten. Ja, da haben wir hier nämlich diese Waffe feuert einen beständigen Laser ab, der durch kalte Fusion angetrieben wird. Da haben wir verlängerter Lauf, dann hier einmal verbesserte Batterie, dann hier einmal der längste Winter, dann hier noch handangelegter Schaft und eingebaut. Hier ist der Waffenangriffsmod. Ja, da haben wir 35er Powerlevel, kommt gleich direkt in den Tresor. Und dann haben wir hier Sonnenarmschienen, Panzerhandschuhe. Gut für den Solarfokus natürlich. Wenn jemand die Feuer der Sterne einsetzen kann, welchen Nutzen haben da Fleisch und Knochen? Gute Frage. Heliumspiralen erhöht die Dauer von Solargranaten und gewährt Granatenergie auf Solarnahkampftreffer. Mobilitätsverwässerungsmodifikationen, einmal hier Plaschstrahlverstärkungsmodifikationen eingebaut. Hier ist der Kinney, die gibt es die Munitionslader-Mod. Mit 335er Powerlevel, die sehen auch ziemlich nice ausfindig, also schöne Schienen. Ja, die packe jetzt aber erstmal direkt in den Tresor. Wie gesagt, für den, also beziehungsweise die Waffe. Kaltherz für den dritten Schaar. So, wir müssen ein bisschen Platz schaffen hier. So, dann habe ich nämlich bei jedem Schaden ein Kaltherz. Schon ganz nett. Mit 335er Powerlevel. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Erleuchtetengramme. Gucken wir mal, da kommt was Besseres raus. Bis jetzt hatte ich immer Glück, dass da immer ein Exo-Kram rauskam. Mal schauen, ob es jetzt hier auch so ist. So, erste Erleuchtetengramm. Ah, Mitternachtssonne. Alles klar, Warlock Ornament. Das ist schon mal nett. Super Sache. So, als zweites. Haben wir hier einmal zügiger Tanz und historische Hecke-Politur-Shader. Okay. Naja, das ist eine neue Geste. Wir haben hier Omega Mechanos Robe. Okay, Brustschutz. Mal gucken, wie die aussieht. Colin Kluft Shader. Okay. Und als letztes haben wir hier. Eine Geist-Visoroi. Was? Weiß-Visoroi-Hülle und ein Shader-Vex-Nachkommen-Chrome. Kann ich gar nicht richtig lesen da. Ähm. So. Mal erstmal alles anschauen hier. So, erstmal den Geist. Okay. Visoroi-Hülle. Geist-Hülle. Ähm. Für Geister der schnellen Schiffe und fernen Ufer. Was haben wir denn hier? Titan-Scanner. Okay. Chance auf zusätzlichen Gruppenverbrauchsgegenstände auf dem Mond Titan. Und dann haben wir verbesserter Akkus Organisator generiert. Waffenmeister Telemetrie. Nicht so gut. Brauche ich nicht. Die Perks. Deswegen werde ich den jetzt auch recyceln. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. 102. Landstaub. Ist das schon mal lohnenswert. So. Dann haben wir hier die Robe gekriegt. Omega Mechanos Robe. Wie würde die denn aussehen? Das sieht eigentlich ganz nice aus, finde ich. Obwohl ein bisschen rostig oben. Na egal. Wird erstmal behalten. Omega Mechanos Robe. Brustschutz. Und eine Version von dir wäre in einer Wextsimulation irgendwo immer noch am Leben. Also es stirbst du nicht wirklich. Sagira. Alles klar. Restaurative Warlock-Rüstung. Restaurative Warlock-Rüstung. Verbesserung. Verbesserung. Okay. Mobilitätsbewässerungsmodifikation. Einmal hier. Dann noch Restaurativ-Modifikation. Mod kann eingesetzt werden. Und natürlich auch ein Shader. Ja. Paul-Level-10-Moment. Wie gesagt. Kann ich kündig hochziehen. Soll ich mal hochziehen? Ich zieh mal hoch. Ich zieh das mal hoch. Vielleicht will ich das ja auch mal tragen. Brauchst du etwas Neues? Das aber wäre so etwas für dich. Kostet uns wieder ein bisschen was, aber nicht so schlimm. So. Dann gucken wir uns nochmal die Geste an hier. Zügiger Tanz war das. Okay. Mit der Macht, der wächst. Fanchurch sagt viele unglaubliche Sachen. Ich glaube ihm meistens. Ich habe heute noch nichts von Fanchurch gehört. Er hat bestimmt etwas Interessantes gefunden. Ja, geht so, ne? Die nehme ich nicht. Die Warte sieht irgendwie ein bisschen wie zu... Ja, weht ihn halt aus. Das meine ich nicht so richtig. Ähm. Was haben wir hier noch? Da haben wir ja noch den, die... Wir haben die Rotlegion vertrieben. Das gleiche Schicksal mit den nächsten Anleitern. Mitternachtssonne verändert mit diesem Waffenornament das Aussehen von Flügel der Heiligen Morgendämmerung. Sobald du ein Ornament erhältst, wird es für alle Charaktere auf deinem Konto freigeschaltet. Hier habe ich noch zwei andere. Goswig Horror. Und dann haben wir hier noch Tiefster Winter. Ich gehe mal gucken, wo ich die einsetzen kann, die Sachen. Kann ich nur mal kurz zeigen und anlegen und so. Machen wir mal eben. Äh. So. Dann haben wir hier Flügel der Heiligen Morgendämmerung. So sieht er dann normal aus. Ne? Wie so ein Engel, mehr oder weniger. So. Ornament setzen wir ihm ein. Mitternachtssonne. Okay. Joa. Halt dunkel geworden. Aber nur gut. Ich kann es ja mal eben anlegen. Na ja. Geht so, ne? Es ist nichts weltbewegendes, aber halt ein Ornament, was man halt sonst kaufen müsste. Besser als nix. So. Dann haben wir ja nochmal hier. Was haben wir hier noch? Ich habe hier auch noch irgendwo Ornamente. Die kann ich auch nochmal ihm zeigen. Da gab es kein Ornament für. Das haben wir hier. Goswig Horror. So sieht das Karnstein-Anbinden-Panzerschuhe gedöhnt so aus. Ja. So. Jetzt nehmen wir das Ornament mal ein. Hm. Sieht auch nicht viel, viel, viel besser aus. Hm. Hat übrigens leuchtet nichts. Sieht irgendwie ziemlich trist aus. Ist ja auch Gothic. Joa. Das ist nicht so toll. So. Dann haben wir noch irgendwo Arme Schienen. Warte mal. Kann ich hier noch irgendwo was machen? Hätte nicht. Ne. Die anderen habe ich glaube ich noch gar nicht. Noch gar nicht dabei. Weil da kann ich hier kein... Ein Ornament hatte ich ja noch. Warte mal. Das war für was? Tiefste Winter veränderst du mit diesem Waffen-Ornament das Aussehen von Winterlist. Sobald du ein Ornament erhältst, wird es Winterlist. Gleiches Vorschau. Ja. So wird es aussehen. Also da unten da. Im linken Arm. Wie rechter Arm ist das? Linker, rechter Arm? Äh. Rechter Arm. Da wird ein bisschen Eis sein. Aber auch nichts Weltbewegendes. Ja. Aber das war jetzt alles. Und ja. Vielleicht ist es ein bisschen gefallen. Ein bisschen durcheinander zum Ende hin. Aber macht ja nichts. Passiert mal. Und ja. Zack. Eine Runde. Wie gesagt. Macht eure Tokens fertig für eure Fraktionen. Und dann sehen wir uns bald wieder hier auf diesem Channel hier mit Destiny-Kram. Und danke fürs Zuhören und zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss. Du musst vorbereitet sein und dich anfassen können.